Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Muttibeam-Bande. Hoffentlich gewinnen wir heute mal. Wir haben eine Runde zuerst, zwei gegen den Pinkie-Pee und den Applejack. Deines Zufall. Der hat letztes Spiel auch wieder Cannon Rush gemacht, ne? Ist halt nicht hinten, ist doch klar. Da bist du so weit vorne, das verstehe ich nicht. Nein, nicht so weit vorne. Doch, du bist gewaltig vorne, weil ich muss ja Sonden abziehen. Da musst du auch einfach mal anfängen. Pylonen stellen, wenn ich schon Vierer komme, so lang durchlassen bis kurz vor Abbruch. Ja, aber die scouten ja trotzdem. Muss man schon sehen, Cannon Rush ist oder nicht. Das ist ein bisschen komisch, ist ziemlich spät mit seinem. Ähm, Karaner, Rodos. Mach kaputt. Nein, nicht kriegen. Naja, haut ab. Na, hat mir ne Sonde gewischt. Ein Gate nur. Hat er überhaupt noch was? Na, Cabernetikern, grad gebaut. Achso, aber eigentlich geht das ein bisschen blöd. So, dann Kuschmann. Doppelgas beim Terranor. Zeig'n's. Hier haben wir noch keine Fabrik irgendwo. Ja, die ist noch nicht. Der hat ja jetzt erst grad sein... Dings fertig. Unsere Drohnen werden angegriffen. Und Stargate kommt hinten beim Podos. Naja, dann muss man drauf. Nicht gelügen. Ich bin hier. Habe ich den in der Sonde noch gebaut? Ja, nicht gelügen Mineralien. Ihr benötigt mehr Westpingas. So, ich bin mal hier noch ein bisschen strong. Hast du Truppen? Hast du Truppen? Gleich. Ich würde schon mal vorgucken. Mach das. Ich bin hier. Ich bin sharp. Aber der hat zumindest auswiegend Stargate. Ich hab's chase für's Cloud over. Hinten vor Ort und meistens in Stargate. Oh, keine Factory. Doch, er hat schon zwei Factories. So, geh rein. Ich komm' nicht rein, ne? Du musst hier fighten. Okay, dann lass mal raus. Ohne andere 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 andere. Ohne andere 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 noun. Ohne andere 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 andere. Es ist nur ein Terraner. Ich glaub die Tekken-Ride, da braut etwas. Zeiglen! Ich stehe Zeiglen! Schickst du nur Truppen nach? Ja, komm nimm nach Truppen. Steiger ist dead. Perana Echo ist dead. Queens, ich baue nichts. Zu viele, zu viele. Komm zurück mit dem Link. Gehen zurück. Wir warten auf meinen Unsterblichen. Was ist euer Begehr? Oh, mehr Prison. So, wir können nochmal auf. Bevor der hier getarnt erbaut oder so ne Scheiße. Was ist euer Begehr? Was, kommst du mit? Ja, ich bin noch schneller als du. Ich hab nur Länge. Faszinierend. Ich bin noch ein Terrano und komm wieder weg. Die Tees kommen. Die Tees kommen. Ich hab doch schon Oros hier. Okay, gut. Ich hab nur noch aus. Ich hab mir einfach immer mehr gespielt. パah. Ich hab keine Gesamt hinein was gegen es geht. wir haben aber auch wenig dazubekommen, also Divisionspunkte hoch, zwölf nur. Na los, weiter geht's. Wollen wir, dass ich da hinten dran hänge oder abschneiden? Wir schneiden ab. Wir schneiden ab, bis dann. Tschüss. Tschüss. Heute wieder nur eine kurze Folge, damit gibt es morgen wieder eine extra lange, wie ob es euch gefallen und würden uns freuen, wenn ihr auch morgen wieder bei uns einschaltet. Wir haben immer noch nichts verpassen, wir können natürlich gerne kostenlos unten links dann abonnieren, oben rechts findet ihr das Nachbarprojekt, unten eins und andere Projekte. Bis dahin, schlägt euch morgen wieder ein und tschüss, eure Wunderbande.